Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video, für alle die es nicht gesehen haben, ging es um den Porsche 902 GTS. In diesem Video, ein Highlight, werdet ihr meine ersten Runden auf der Notschleife sehen. Wow, das darf ich natürlich nicht Respekt vor dem Auto verlieren. Ey, sehr schwer. Also das ist halt Notschleife, ne? Das ist maximal geil, aber da ist halt wirklich null Fehlertoleranz. Ja, wenn mich heute Morgen einer gefragt hätte, ob ich heute Abend hier den GT3 RS jage, hätte ich definitiv gesagt, nein, das werde ich nicht. Bisher bin ich eine einzige Runde in meinem Leben gefahren, das war während des 24-Stunden-Rennen. An der Stelle nochmal vielen Dank an Salem und an BMW, weil die das organisiert hatten. Da durfte ich so eine Formation Lab, also die Runde vor dem Start des 24-Stunden-Rennens, mit BMW fahren. Und das war auch meine einzige Runde, die ich selbst auf der Notschleife gefahren bin. Und jetzt habe ich tatsächlich die Möglichkeit, ich wurde von Porsche eingeladen, auch da vielen Dank für zwei Tage ein sogenanntes Perfektionstraining auf der Notschleife. Es ist leider von außen filmen nicht erlaubt. Das heißt, wir müssen das Ganze so ein bisschen undercover machen. Die Notschleife ist da wohl so ein bisschen eigen. Das haben mich jetzt auch schon mehrere YouTuber darauf angesprochen und gewarnt. Ich selber habe das so bisher noch gar nicht mitbekommen, aber man muss sich da wohl normalerweise irgendwelche Lizenzen kaufen, wenn man offiziell filmen will. Deswegen machen wir das Ganze auf diesem Wege. Nichtsdestotrotz, es geht zur Notschleife. Porsche hat mir das Auto schon hierher geliefert. Es ist ein 192 GTS, 540 PS Hybrid. Alter! Ich bin wirklich gespannt, wie das Auto fährt und wie die Notschleife ist. Ob sie wirklich so legendär ist, wie sie alle sagen. Ob sie wirklich so schwer zu fahren ist, wie alle sagen. Und als letztes, ob der Fun-Faktor so hoch ist, wie alle sagen. Es geht los, Notschleife. Ich glaube, ich bin jetzt so in der 15. Runde. Ich sitze hier in dem neuen GTS und ich kann euch sagen, es ist wirklich beeindruckend, wie gut so ein Porsche GTS oder generell Porsche ist. Man sieht auf dem Tracktail. Hier fahren fast nur Porsches rum, obwohl es kein Porsche Tracktail ist, sondern es ist ein offener Tracktail. Wie gut diese Autos das machen, weil wir sind wirklich 15 Runden gefahren. Und außer auf die Reifentemperatur gucken, habe ich ganz ehrlich sogar noch nicht einmal auf Getriebe oder Öltemperatur oder irgendwas geguckt. Also das ist wirklich krank. Porsche sind immer speziell zum Fahren. Also erstmal vorweg, sie sind extrem einfach zu fahren, weil Porsche macht einfach das, was er soll. Aber bedingt dadurch, dass der Motor hinter der Hinterachse sitzt, hat man natürlich in dem Moment, wo man ein bisschen Gas gibt, hebelt man die Vorderachse aus und das Untersteuern ist schon recht stark. Das heißt, man muss mehr oder weniger auf der Bremse immer anfangen einzulenken, dass man die ganze Kraft auf die Vorderachse kriegt. Und dann funktioniert das auch sehr gut. Was wirklich krass ist, wie lange und wie gut so ein originaler Reifen aus einem Porsche funktioniert. Hier ist nichts irgendwie mit Luftdrucken rumspielen. Man kommt hier ganz normal morgens mit 2.0.2 an der Strecke an. Jetzt haben wir rund um ungefähr 2.5, 80 und 60 Grad. Das ist einfach nur perfekt. Im Peak geht so ein Reifen mal auf 100 Grad, aber ich konnte bisher wirklich noch keinen Moment feststellen, wo das Fahrzeug mal irgendwie, ja, wo die Reifen gefordert sind. Ansonsten heißt es jetzt, lernen, 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 Strecke kennenlernen. Mal über die Grenzen hinausgehen, dass man einfach auch mal Situationen hat, wo man so ein bisschen Adrenalinkick wieder bekommt und weiß, ah Philipp, Gang runterschalten. An den Stellen tucken langsamer. Wir sind aber selbst jetzt schon so im Bereich von 8 Sekunden pro Runde. Und jetzt geht's los. Geiles Wetter. Ich hoffe, ihr versteht mich, weil der 3.6er Motor hier ist dann doch schon echt laut. Also vor mir in gelb Timo Gluck, Ex-Rennfahrer im 911 Turbo S. Der fährt natürlich nicht volles Programm, sondern hat die Aufgabe, mir zu zeigen, wie die richtige Linie ist. Hier merkt man schön beim Einlenken, wenn man auf der Bremse einlenkt, wie das Auto auf einmal gar nicht mehr untersteuert. So, ganz drüber. Es ist einfach unfassbar. Guckt euch mal die Bodenwellen hier jetzt an. Wie der Porsche hier einfach drüber hinweg fährt. Und wie stabil dieses Auto einfach auf der Bremse auch ist. Jetzt kommt die erste Mutstelle, wo man Eier zeigen muss. Da werden wir auf jeden Fall lupfen jetzt. Hier an der Kuppe. Ich weiß nicht, ob man stehen lassen könnte und erst hinter der Kuppe bremsen könnte. Ihr merkt ja schon, wie das Ding untersteuert und man muss wirklich genau die Linie finden. Konzentration, weil hier gibt es nur ein Guck. Guckt mal auf den Tacho. Wir haben hier einen 2,70. So, jetzt hier Porsche mäßig spät und jetzt auf der Bremse einlenken. Und schon fährt das Ding hier rum und wir können früh wieder aufs Gas. Heizt mal Timo noch mal ein bisschen ein hier. So, jetzt müssen wir mal kurz einmal ein bisschen Suche machen, weil hinter uns die Teilnehmer, die sind schon, da haben wir ein bisschen Abstand gelassen. Also wir sind hier in einer Vierergruppe unterwegs und am Ende geht es darum, alle aufs gleiche Level zu bringen. So, hier kann ich euch jetzt auch wieder gut demonstrieren. Drum, innen bleiben. Jetzt guckt euch mal an, was passiert, wenn ich hart bremse und dabei einlenke. Wie dieses Auto auf einmal einlenkt. Das ist einfach nur geil. So, hier auch wieder perfekte Kurve zum demonstrieren. Porsche fahren. Hart bremsen, einlenken. Hört ihr das sogar? Wie ich auch Kraft in den Arm brauche, um dieses Auto, um die Kurve zu kriegen. Und hier wieder genau so. Zack, einlenken. Und dann aufs Gas. So, jetzt die nächste Kurve ist so eine typische Nordschleifen-Kurve, die man schnell verfehlt. Und zwar die hier. Weil die macht halt zu. Das ist so eine Vierfach-Rechts. Und jetzt rum. Jawoll, ist das geil. Ganz eng rum. Schon haben wir Timo wieder. So, jetzt der Teil, wo ich mit dem Armat am meisten Respekt vorhaben werde. Ja, das ist ja, wenn man ehrlich ist, hier wirklich gerade mal eine Landstraße, wo wir mit 200 durchfahren. Ja, da ist halt wirklich, jeder Fehler ist halt wirklich Kernspott. Also an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank an Porsche für diese Möglichkeit. Unabhängig davon, dass es natürlich verstanden haben, wie man schnell Autos baut. Sie haben es auch verstanden, wie man Leute einfach begeistert. So, jetzt geht es hier an der GT3-Truppe dran vorbei. Man hört sogar, wie die Reifen arbeiten. Das ist so geil. Über die Sprungkuppe rüber, alter Schwede. Jetzt mittelfield habe ich noch nicht ganz so die Eier. Boah, hey, sehr Schwede. Also, das ist halt Nordschleife, ne? Es ist maximal geil, aber da ist halt wirklich Null-Fehler-Toleranz. Also mal eben kurz, ich denke, ach, hier fahre ich ein bisschen eine andere Linie, dann ist halt wirklich sofort Ausstelle. Kleine Karussell, hier gerade über die Kugel rüber. Ja, ihr seht jetzt, wir sind bei 7 Minuten 40 BTG-Zeit. Weit vor der Brücke. Aber wir mussten ein paar Autos überholen, haben jetzt auch die letzten Kilometer nur rollen lassen. Also ich denke mal, dass das schon so, also unter 8 fährt der Koffer auf jeden Fall. Mal gucken, was heute noch so geht. So Leute, jetzt wird's ernst vor mir, Timo Gluck. Im Turbo S hat jetzt die Aufgabe, natürlich mich maximal schnell über den Parcours zu bewegen, als auch zu zeigen, mit Absicht für euch, wo der Turbo einfach noch mal seine Stärken hat. Weil in Summe wird das Auto bestimmt 20 Sekunden schneller sein, hier würde ich mal so tippen. Frage ist halt nur wo. Hat deutlich mehr Leistung, hat Allrad. Das heißt, ich denke mal so aus der einen oder anderen engen Ecke raus, könnt ihr da schon einen deutlichen Vorteil haben. Andererseits mit unserem E-Turbo hier drin, also mit diesem elektrisch angetriebenen Abgas-Turbolader, habe ich natürlich aus den Ecken raus auch immer gut Saft. Deswegen, ich bin echt gespannt. Und natürlich bin ich auch gespannt, was wir am Ende ungefähr für eine Zeit fahren. Und los geht's. Let's go! Weifen sind zum Glück warm. Ich bitte auch. Da wollen wir den Timo noch ein bisschen einheizen hier. Ja, da kommt der Quer. Quersteher, massiv Zeit gekostet auf jeden Fall. Das war die Fernbedienung. Hier sieht man halt sofort, wie der Turbo deutlich wegzieht. Jetzt darf ich natürlich nicht Respekt vor dem Auto verlieren. Das ist natürlich schwierig einzuschätzen für Timo, die Linie, die sein Auto kann oder die Linie, die mein Auto kann. Jawoll. Okay, er lässt stehen hier. Respekt, da geht ESP an. Ich werde auf jeden Fall vorher bremsen. Die Eier habe ich nicht. Alter Schwede, 2,70. Ich lupfe lieber schon. Und Bremsen. Apex. Das macht er aber extrem gut. Bis auf den Curb. So, und jetzt. Und eng rein. Oh, guck, 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 guck. Jetzt wird er lupfen. Ich allerdings auch, weil die Eier habe ich definitiv noch nicht hier voll stehen zu lassen. Boah. Diese Kompression ist einfach echt krank. So, pass auf. Und jetzt in dem irgendeinen Endfield, da hole ich ihn mir wieder. Das wird jetzt Vollgas sein. Da sieht man, wie der Turbo wegzieht. Aber ich muss echt sagen, geisteskrank, wie gut dieser GTS das macht. Auch hier rum. Und jetzt. Jetzt von innen nach außen. Guck hier, guck da hin, wie ich ihn da kriege. So, hier merkt man jetzt berghoch einfach Turbo S, dann zieht er einfach weg. So, jetzt Konzentration, die Kurve. Und dann zieht er wieder weg. Wahnsinn, wie das dieser GTS mitmacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Kurz gelupft habe ich nicht die Eier, hier auch nicht. Boah, 205 krank. Da geht aber definitiv noch mehr, man muss halt genau den Punkt treffen. Mann, das traue ich mich noch nicht. Bis ganz rüber, ganz rein. Guck mal an, wie dieser Porsche über die Bodenwellen fährt. So, und jetzt kommt eine Stelle, wo ich glaube, dass wir ihn ganz gut holen können. Ja, hier ist Play am Regeln. Kurz gelupft. Ja, da müsste ich auf PSM Sport gehen. Das traue ich mir nicht. Ist auch gut so Leute, niemals übermütig werden. Boah, da zieht er voll durch. Habe ich auch nicht die Eier, bin ich ganz ehrlich. So, und jetzt kommt der Bereich, wo der GTS eigentlich wieder ranfahren muss. So, hier das beste Beispiel, ganz links bleiben. Guckt euch an, wie ich hier reinfahren kann. Alle vier Räder in der Luft. Wow. Oh, 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 oh. Lang. Sehr schön, sieben Minuten sieben. Alter Schwede. Jetzt müssen wir auf jeden Fall Timo gleich einmal kurz interviewen und uns bedanken für diese Linie. Es ist unglaublich. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock habt, bucht euch so ein Training, weil in einem echten Instruktor hinterher zu fahren. Das ist das Beste, was man von der ersten Sekunde an machen kann. Wenn ihr vergleichbare Autos habt und auf einem ähnlichen Level fahrt. Boah. Was ich niemals gedacht hätte, ist, wie schnell die Zeit auf der Nordschleife rumgeht. Man fährt so eine normale Runde und denkt sich zwei Minuten nach. Ist ja ratzfatz rum. Das muss auf der Nordschleife definitiv länger dauern. Aber hier geht das ja wirklich in Sekunden. Boah, mir tun richtig Handgelenke weh. Wahnsinn, wie gut dieses Auto macht. Okay, jetzt haben wir natürlich auch hinten 100 Grad vorne, 123 Grad. Überlegt euch mal Leute. 123 Grad auf den Reifen und das Ding performt immer noch so. Also ich bin wirklich einfach nur sprachlos. So einmal Timo kurz. Vielen, vielen Dank. Der Mann im Game Porsche. Man sieht schon beim Beschleunigen, wie der Porsche deutlich schneller ist. Also der Turbo. Ja, ich würde sagen, das ist ja auch ein Porsche. Ja, der Turbo. Wo ich sage, jetzt mal die Leistung macht, ist natürlich dann schon noch bemerkbar. Ja. Aber du merkst teilweise noch in den engen Ecken, dass, ich sag mal, da einfach das Auto wieder neuer ist. Und dann her, das merkst du schon eng. Aber klar, geradeaus geht das Auto immer auf. Voll krass. Ich konnte noch genau sagen, jetzt die nächsten zwei, drei Kurven werde ich wieder ganz gut ranfahren. Weil das habe ich in den Runden davor schon bemerkt, dass der da einfach gefühlt so auch so überguckt darüber, wie die Vorderachse auf dem Boden klebt, das wirklich kann. Ja. Was schätzt du prozentual? Wie viel war das gerade, was der Turbo S kann? 70 Prozent. Aber ist doch noch richtig gut, die Luft. Ja, aber der muss natürlich auf gut Deutsch die Arschback ein bisschen zusammenknallen. Von daher, aber da geht schon noch was. Da geht noch Luft. Vielen, vielen Dank, hast du mir sehr viel beigebracht in den letzten Stunden. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt geht's los. Freies Fahren. Hinter uns gleich ein GT3 RS, da werden wir uns auf jeden Fall gleich dranhängen. Da wird raus. Und hock. Da, wir fahren. Dr. B. D. 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 Wenn mich heute Morgen einer gefragt hätte, ob ich heute Abend hier den GT3 RS jage, hätte ich definitiv gesagt, nein, das werde ich nicht. So, jetzt kommt der Moment, wo ich ein bisschen aufpassen muss. Hier ist jetzt die Aero von dem GT3, wo der natürlich stärker ist. Man soll niemals den Respekt verlieren. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt gucken wir uns mal auf, ob wir gerade nicht holen können Ist das krank! Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, wir konnten die Runde vollfahren Das heißt, wir kommen jetzt hier mit viel, viel mehr Speed rein Ich bin wirklich begeistert, wie gut dieses Auto funktioniert Das waren die ersten 40 Runden von mir auf der Nordschleife hinter uns in zwei Tagen Das sind fast 1000 Kilometer und außer tanken haben wir nichts gemacht Wir haben noch nicht mehr Luftdruck abgelassen, weil Porsche möchte gerne, dass die Fahrzeuge mit dem Luftdruck gefahren werden, wie man auch auf der Straße fährt Weil es ging darum zu zeigen, wie gut der GTS, welcher eigentlich nicht gedacht ist für die Rennstrecke, auf der Rennstrecke performt Das heißt, dass jemand wie ich da hinkommt und einfach losfährt Ich bin angekommen, vollgetankt, dann habe ich meinen Sitz auf maximal eng gefahren Das ist Gold wert, weil selbst ich habe ohne Vierpunktgurt nicht das Gefühl gehabt, dass ich einen Vierpunktgurt brauche Weil ich saß wirklich richtig fest in dem Auto und bin Runde für Runde für Runde gefahren Und nach ein paar Runden, naja, nicht nach ein paar Runden, ehrlich gesagt nach dem ersten Tag habe ich mir so überlegt Ey, du hast nicht einmal nach irgendeiner Temperatur geguckt Weder Öl noch Wassertemperatur noch irgendwas Und das ist schon wirklich, also das ist schon wirklich krank Ein Auto so gut zu bauen, dass man damit wirklich Runde für Runde für Runde Ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass der Reifen abbaut, dass die Bremse abbaut Dass irgendwie der Motor oder das Getriebe nicht weiß, was er machen soll Weil ich denke, ihr habt das in dem Video ein bisschen mitbekommen Ich bin weder auf PSM Sport gegangen Ich bin wirklich so gefahren, wie das Auto kommt Einfach nur Sport Plus Dann habe ich nicht selber geschaltet Sondern ich habe wirklich gesagt, wir lassen das Auto heute mal machen Was das Auto macht Wirklich keinen einzigen Schaltvorgang selber gemacht auf der Strecke Normalerweise jeder, der mich kennt, weiß, ich schalte gerne selber Aber ich weiß nicht, wie es geht Aber gefühlt weiß das Auto über GPS, wo es auf der Strecke ist Das heißt, wenn ihr kurz vor dem Begrenzer über eine Kuppe kommt und kurz lupft Schaltet das Auto nicht hoch Sondern er geht wirklich in die Schlepplast rein Und lässt das Fachzeug quasi über die Kuppe mit Schleppleistung rüberlaufen Und danach könnte er wieder Vollgas geben In dem Moment, wenn ihr das Bremspedal nur anguckt und bremset Fängt das Ding schon an runter zu schalten Aber nicht so ein bisschen runter zu schalten Sondern so wirklich on point immer die Gänge hintereinander Erinnert mich immer so ein bisschen, wenn wir im Simulator Formel 1 Auto fahren Da kloppt man die Gänge auch so runter beim Schalten Und das ist einfach, also da muss ich wirklich sagen Respekt an Porsche Das soll jetzt zur Sekunde hier auch keine Werbung sein Sondern jeder, der so ein Auto auf der Rennstrecke schon mal gefahren ist Weiß einfach, wie gut die Autos fahren Das können sie einfach, sie sind dafür gemacht Da stecken einfach Jahre in dem neuen Elfer drin Kontinuierlich weiter gemacht Und ja, das Ding fährt geil Muss ich einfach sagen Natürlich bin ich einem extrem guten Instruktor hinterher gefahren Wir sind eine ziemlich gleiche Pace gefahren Das heißt, ich konnte mir sicher sein, dass wir nicht zu schnell fahren Aber ich finde gerade der hintere Teil Die zweite Hälfte von der Nordschleife Ist ziemlich selbsterklärend Welche Linie dort die schnellste ist Wir waren mittlerweile auf vielen Rennstrecken Wo nicht direkt von außen erkennbar ist Welche Linie am Ende die schnellste ist Bildsterberg ist da die beste Strecke drin Jedes Mal komme ich wieder zum Bildsterberg Und denke, ich kann kein Auto fahren Und man muss sich wieder daran gewöhnen, wie man die Strecke fährt Und das finde ich, hat man auch gerade auf dem hinteren Teil von der Nordschleife gar nicht Es ist natürlich viel mit Streckenkenntnis und Mut behaftet Und jetzt kommt der Punkt, den ich leider nicht testen konnte Wir hatten perfekte zwei Tage Eifelwetter Es war wirklich Sonnenschein Es war trocken Wir hatten 43 Grad Aufmerksamkeit Ich kann mir vorstellen Wenn es natürlich in diesen Bereichen auf einmal nass ist Regnerisch ist und so weiter Ist das natürlich nochmal eine ganz andere Liga vom Fahren Lange Rede Ich bin jetzt ein bisschen Nordschleife-approved Hab die ersten Runden hinter mir Ist wirklich geil Macht Spaß Ich sehe es mit anderen Augen Ich sehe es schon so, dass man da tatsächlich mal mit dem Arbat fahren könnte Ich dachte die ganze Zeit, das geht auf gar keinen Fall Aber ich glaube schon, dass das geht 10 von 10 Punkte für den Porsche Weil wirklich seit langem einem Auto Ich bin knapp 2700 Kilometer gefahren Und es war nicht ein Punkt dabei Und das habe ich selten Wo ich genervt bin von dem Auto Das klingt jetzt ein bisschen übertrieben Wie kann man von so einem Auto genervt sein Aber jeder von euch kennt es Es gibt immer irgendwas Man fährt einen geilen Schalter Ist Automatik gewöhnt Kommt in den Stau Und sagt sich nach so einem Tag mit 500 Kilometern schon auf dem Buckel Ah scheiße, jetzt hätte ich gerne lieber eine Automatik Es gibt immer irgendwelche Kleinigkeiten, die einen stören Und da war es wirklich so Vom ersten bis zum letzten Tag Das Ding kann auf der Autobahn ballern Das Ding kann auf der Rennstrecke schnell sein Ich konnte am Ende tatsächlich mit einigen GT3 RS mitfahren Natürlich ist das eine große Spanne Am Ende wird der GT3 auf jeden Fall eine halbe Minute schneller sein Auf der Nordschleife Aber ich glaube, dass das schon GT3-Fahrer waren Die wussten, was sie da tun Und zumindest ein bisschen schneller unterwegs sind So der typische, wie nennt man sie, Clubsportfahrer So ungefähr Und das zeigt schon, wie viel Potenzial der GT3-SW hat War eine geile Experience Vielen, vielen dafür Vielen Dank fürs Zuschauen Ihr seht, ich bin wieder in der Werkstatt Jetzt wird weitergeschraubt Tschüss, danke und bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Video